In Frankfurt am Main oder in Berlin haben Fremde bereits jetzt ganze Stadtteile in der Hand. So weit soll es hier bei uns nicht kommen. Sachsen ist das Land mit den meisten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Aber auch nur, weil die NPD richtig Druck gemacht hat. Immer mehr Drogen, vor allem die synthetische Todesdroge Crystal, kommen illegal über die Grenzen. In Sachsen wurde nun endlich ein Handlungsplan dagegen aufgelegt. Aber auch nur, weil die NPD das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Seit der Grenzöffnung zu Polen und Tschechien haben Eigentumsdelikte massiv zugenommen. Nun wird endlich dafür gesorgt, dass grenznahe Polizeireviere erhalten bleiben. Aber auch nur, weil die NPD dazu den Anstoß gegeben hat. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie sehen, die NPD wirkt. Wenn Sie wollen, dass es auch in den nächsten fünf Jahren eine echte Opposition im Sächsischen Landtag gibt, dann müssen Sie am 31. August die NPD wählen. Und denken Sie daran, die Zweitstimme entscheidet. Untertitelung des Zweitstimme